Du musst doch noch zu mir kommen. Ich will kuscheln. Au. Zu viel Körperkontakt. Hallo ihr Lieben und willkommen zu noch. Okay. Hey ihr Lieben, willkommen zu noch. Ich winke. Ich winke. Ja ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Skyblock Himmelsstormer mit dem Keelerkeks zusammen. Ich finde, dass du... Au. Dass du da bist. Ich habe nur gewunken. Heute will ich nach da drüben zur Insel. Ich weiß nicht, was der Keks macht. Aber ich gehe jetzt erst mal Bäume fällen. Und los geht es. Achso, bevor ihr die Folge jetzt hier anguckt, ganz wichtig dass die folgen davor an am wichtigsten ist glaube ich die zweite oder die erste ich glaube die zweite ist am wichtigsten sind alle alle am allerwichtigsten ist aber auch die erste die zweite die dritte und die vierte leute ich wünsche euch viel spaß mit dem video und dann sehen wir es gleich wenn ich ein bisschen holz abgebaut habe so leute ich habe ein bisschen holz gefahren und jetzt brauche ich mit rüber ich sehe noch ein setzling die kann natürlich nicht alleine lassen und der killer case kommt sicherlich nach aber der hat noch ein bisschen angst wenn ich brücken baue weiß ja immer dass das schief geht genauso zum beispiel viel aus der map ja genau so ähnlich cs drops down heute klappt das halbwegs gut mit dem davor sitzen und bauen ich denke so zehn blöcke muss noch nach vorne und danach recht und dann kann es heute gute händler 1 2 3 5 6 okay ich habe nicht mitgezählt er wird sterben wenn er zu langsam ist wieso dreh dich rum ich komme jetzt schmeiße ich dich baue schneller eingegangen ja so geht das nicht warte 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 ich fange nochmal an ich gehe nochmal nach hinten und ich gehe auch nur geduckt also von daher bin ich eh arsch langsam du bist ein arsch ja ja ich verfolg dich jetzt also 3 2 1 wenn ich dich erreicht habe haue ich dich in ein feldstück also sei dann schon mal auf der anderen insel und zwar nicht die geradeaus kannst du mich mal in ruhe lassen ich fühle mich gemobbt ich mach gar nichts du hast gesagt du läufst du baust nicht ich glaube ich auch nur nö 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 so nis du mobst dich halt gerade sowieso selber ich denke noch ein paar du musst doch nur geradeaus man nein ich muss aber auch hauen vor dir okay er baut gerade also hat er mich gleich kannst ja die ganze stufe wieder abbauen baue halt noch höher man dann müssen wir um zu tiefer wie nah bist du eigentlich das wirst du gleich im nacken spüren höhe 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 höhe... Angst... aber ich schleich noch es geht ganz langsam voran ich auch Oh, hier laufen Villager rum und fall runter Da lief einer rum Hüpf, hüpf, hüpf Ey, guck mal, wärst du dich nicht zwei nach oben gebaut, wärst du genau beim Balkon rausgekommen du Lappen Hallo Freunde Mein mit Mein mit Mein mit Mein mit Es gibt auch toll Oh, bist du nicht mal beim Balkon Oh, aua Und jetzt steht die ganze Zeit da Du willst schlafen Oh, Sand Sanddorf Uff Da liegt einer Schlag ihn Da verkauft er dir nichts mehr Gibt's hier was? Nix in den Fässern Ist nix mal in den Fässern drin Ist auch nix in den Fässern drin Ne Schmeißt du die Steine weg Hier gibt's die Pool Hier ist ein Spawner Ein Villager Spawner Was ist das? Was ist das? Ich glaube es ist auch ein Villager Ein Villager Spawner Spielball Hier ist ein Hotel Oh, hier ist ein Bett Klingel ist gerade auch an deiner Glocke Hey, das Ding ist lustig Hier geht's den Turm hoch Okay, Wand Hörst du das eigentlich bei mir oder bei dir? Ich hör das bei dir Alter, wie hoch ist denn der Turm? Der Turm ist schon oben Der Turm ist leer Oh, Creeper Hier ist noch ein Villager Spawner Und zack In diesem Moment ist auch einer gespawnt Oha Hättest du sicher erkannt? Wieso? Ein Mini-Villager Spawner Er wird dich töten Oh, ich bin runtergefallen Ach nee, es war der Villager, der runtergefallen ist Was war jetzt hinten im Dorf? Higgst die Glocke Ach, das sind doch wunderhübsche Steine Mal welche gebrannten Ziegel Ach so, was gibt's in der Richtung? Ist ja nochmal ein Villager Spawner Das ist ein Ultra-Eisen-Ding Was ist wieder weiter schon ohne mich hier? Ich brauche hier überhaupt nix Ich laufe einfach nur Wo läufst du denn hin? Es geht nach rechts oder noch weg? Oh, was ist hier für ein Gefängnis? Warte doch mal auf mich mit nem Entdecken, du kleiner Hunde-Schmuser Oha! Alle meine Deckung, raus hier! Was ist denn da? Gefängnis Und? Gefängnis Was sind denn in Gefängnis? Creeper Gefängnis Doppelcreeper Doppelcreeper Triple-Achtelcreeper Hättest du auch schlafen können? Hätt er mich fast weggehauen hier Ich finde das lustig, dass hier immer mal ein paar Stufen eingebaut sind Und dann plötzlich So normale Steine Und das war's Es explodiert der Creeper Ne, er hat mich weggeschossen Okay, warte, 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 warte Warte, warte, warte Hä? Ich lag im Bett, mein Freund Achso Okay, ich leg mich auch nochmal Du dummer Penner, das ist mein Spawn Jetzt meiner Nein, Mann, ist meiner Kann man nicht beide ein-Respawn-Ding machen? Also übrigens, ich hab da jetzt Acht Steine verloren Ja, passiert Du hast das Schwert, du musst da runter Was? Geh da runter Wo runter? Da, los Das Gefängnis Geh Schneller Ja, klar, jetzt schubst mich noch in die Zombies rein Jetzt hab ich dich viermal geschlagen mit dem Schwert Und ich bin fast tot Warum kann ich mir hier nicht laufen? Achso Ist ja unten ne Zombiespawner oder was? Ne, keine Ahnung, was schon war Das hatte nur komisch geleuchtet Aha, da kommt die Hoh-Hoch-Mach ihn tot Was schlägst du mich denn? Ich schlag ihn, aber gut Steampunk, was? Was ist Steampunk? Uh, Steampunk haben wir abge... Uh, jawoll Was heißt das? Neues Level abgeschlossen Jetzt können wir neu in Skyblock starten Auf Steampunk Nein, wir werden aber Da hinten ist der Spawner Warte, warte, warte Ich hab geschenkt für dich Du kannst kein Nein, lass das Zeug Du kannst den Spawner nicht kaputt machen Ja, wollte ich auch nicht Fackel Aber hab ich nicht dabei Oh, ich steh schon wieder welche Na, gehen wir weiter Komm hier hoch Ich geh hier hoch Guck mal, hier hüben ist wieder Insel mit Eisen und so Und da oben ist aber noch eine Insel mit komplett übelst weißer Geier Gold Juri Warum sind wir nicht zuerst auf diese Insel? Und hier ist ein Creeper Das ist ja tausendfach verbunden Ich bin gestorben Oh, wenn ich nicht sterbe, ist nicht so schlimm Ich hab nichts mehr dabei Ich bräuchte auf jeden Fall was zu essen Hier ist ein Braustand Oh, hier ist ein schickes Häuschen Ich glaub ich zieh hier ein Ich zieh von unserer Insel weg Ich hab ne Fackel gefunden Oh, hier ist mein Bett Ist jetzt auch ein Bett, ja? Ja Das könnte ich rein theoretisch mitnehmen Oder da hab ich ja kein Respawnpoint mehr Warum das hier oben da immer nicht versteckt ist Die könnten uns doch mal was gönnen hier in dem Spiel Aber nein Das ist eben das coole bei dem anderen Spielmodus Wir leben aber nicht in dem anderen Spielmodus Weil du hast es ja von uns quasi hingebracht Das würde niemand, niemand würde das auffallen Wenn wir das jetzt wechseln würden Doch Das ist Skyblock Genauso wie das hier Nur cooler Das würde jedem auffallen Schreibt es in die Kommentare, wenn es auffällt Und ansonsten bis zum nächsten Mal Tschüss